DW Deutsch lernen – Deutsch-Trainer Ich suche eine Wohnung. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Ein Zimmer. Die drei Zimmer Wohnung. Die Küche. Das Bad. Das Schlafzimmer. Das Wohnzimmer. Der Flur. Der Keller. Die Meter. Wie hoch ist die Meter? Die Kalt Meter. Die Warm Meter. Die Nebenkosten. Wie hoch sind die Nebenkosten? Sie müssen den Mietvertrag unterschreiben. DW Deutsch lernen. Deutsch-Trainer. Mehr auf dw.com slash Deutsch-Trainer. Das ist ein. Das war's. Das ist ein. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020